Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subisher 2. Wir waren unterwegs in Pokermission, allerdings der letzte Würfelkampf wollte nicht so recht gelingen, weil man nicht gegen uns würfeln möchte. Genau, da warten wir jetzt bis er bei seiner Arbeitsstelle ist. Vielleicht ändert das ja was. Ja, er arbeitet beim Schmied, richtig? Ist ein Gehilfe. Bis dahin machen wir, der Hexer schlägt sie alle. Bisschen rumprügeln. Nein, Armdrücken. Armdrücken. Das ist natürlich weniger männlich, aber schwieriger für dich. Ja. Ich weiß nicht, dieses Armdrücken, das ist eigentlich recht gut umgesetzt, aber ich weiß nicht, überzeugt mich jetzt irgendwo... Es kommt dem echten Armdrücken nicht sehr nahe. Was aber auch beim echten Armdrücken kommt, das auf Fingerspitzengefühl an. Wir sitzen unten in der Kneipe. Da waren wir doch gestern. Da waren sie nicht. Ja, aber das sieht mir eindeutig so aus. Ja, ja. Vielleicht sind sie heute da. Ah, die Sonne geht gerade auf. Interessant, dass Geralt einfach nie regelmäßig schlafen muss, sondern einfach dann, wenn er es für richtig hält. Er hat seinen Geist wirklich unter Kontrolle. Noch einer. Ah ja, deswegen haben wir ja dauernd Kopfschmerzen und in diese Hexastimulanz hier rein. Wie die Ameisen. Menschenfrauen brauchen sich nur mal kurz auf einen Mann zu setzen. Ist ja ziemlich was los bei euch. Na ja, wir haben eine Junge. Und noch... Ich bin... Dich kenne ich doch. Ähm, einen Stockwerk höher gibt es hier vielleicht? Genau. Die sind ja in ihren Zimmern nachts. Hey, hey, aufwachen. Lass mal Arm drücken. Ah. Zoltan. Rittaschbord. Mit dem könnten wir dann auch mal reden, aber noch schlafen. Das hindert sich sonst auch nicht dran, mit den Leuten zu quatschen. Aber wir haben hier eine wichtige Mission. Erstmal. Hey, was sehen meine triefenden Augen? Geralt von Riva besucht den alten Järpen-Zigrin. Siehste, die freuen sich alle. Zoltan behauptet, dass dir beim Arm drücken keiner das Wasser reichen kann. Das stimmt. Hat er erzählt, wie ich ihn besiegt habe? Eigentlich nicht. Der alte Furz. Versuchen wir's? Jederzeit. Also? Zeig, was du kannst. Oh, wir haben so stechige Gelbauten. Ja, wie ein Katz. Er zieht umher und jagt Monster für Geld. Und wieso leuchten seine Augen so komisch? Weil er als Kind eine Mutation durchgemacht hat. Also nee, was es nicht alles gibt. Die haben dich in Kermorhin ja ordentlich trainiert. Du bist auch nicht gerade gebrechlich. Oh, 25 Erfahrungen gebracht es. Und Respekt. Respekt, Mann. Soltan sagt, eure Leute seien Meister im Arm drücken. Wir waren mal unbesiegbar. Dann sehen wir doch nach, ob das noch so ist. Klingt gut. Probieren wir's miteinander? Zeig mal, was du drauf hast. Weißt du, der Hexer, der ist schon was Besonderes. Schreib die Geschichte ganzer Königreiche. Wie wahr. Ich erschauere, wenn ich nur drüber nachdenke. Immer schön diese kleinen Geschichten. Bist du sicher, dass du keine Zwerge in der Linie hast? Das sag ich dir, wenn ich mich wieder erinnern kann. Das stimmt, das ist mir auch positiv aufgefallen. So, und wer ist jetzt dran? Äh, Skallenbehörden. Aber erst mal reden wir mit Rittersporn. Ist denn da was Neues gemein? Ich glaube nicht, dass der was Neues hat. Adieu. Rittersporn, aufwachen. Dann ist wieder ins Bett. Na, guck, da haben wir uns auch schön durch die Tür geklitscht. Ja, schön rumklitschen bringt Spiele auch manchmal schön zum Absturz. Bevor wir jetzt hier rausgehen, reden wir doch mit ihm. Und sagt ihm, dass ich quiss. Ich suche nach Orten mit starker Magie. Fällt dir dazu eine Geschichte von Zauberern oder magischen Orten in der Umgebung ein? Abgesehen von der feuerspeienden Hündin vor drei Jahren? Hm. Im Wald hinter Wergen hat früher ein Zauberer gehaust. Sieh doch mal nach. Vielleicht hat er was hinterlassen. Und sprich mit dem Drosten. Wenn einer Wergens Geschichte kennt, dann Cecil. Gut, mit dem Bürgermeister also auch noch reden. Den wir ja schon ordentlich in Würfeln abgezockt haben. So sehr, dass er die Steuern erhöhen muss. Wer einfach das Geld der Stadt verspielt. Das ist ein richtiges Abbild des Lebens. Ja, und der hier ist so richtig mysteriös. Also der steht da ja immer. Er hat nichts anderes zu tun. Der ist bestimmt gar nicht so mysteriös. Der nennt sich nur so. Tag Hexer. Samson. Samson. Der ist aber nicht hier unten. Aber da unten ist ein Eingang in dein Haus, oder? Ja. Oder zumindest irgendwo rein. Ja, ich seh schon, ich kenn mich besser aus den Bergen. So, wo ist das Gold? Ich kam, um zu spielen. Doch ich blieb, um zu plundern. Oh, ein Fernroh. Das ist ja bestimmt ein irgendwelcher Plunder. Das Erz ist zum Schmieden von Schwertern da. So, dachte ich mir. Ja. Geralt, stimmt's? Mein Onkel hat mir von dir erzählt. Den Geistern hast du's richtig gezeigt. Und Saskia gerettet. Dein Onkel? Cecil. Ich helfe ihm bei der Verwaltung von Bergen. Mein Name ist Skalenbörden. Tag. Wie wär's mit einer Runde Arm drücken? Warum nicht? Ich höre, du misst gern deine Kräfte. In Bergen gibt es keinen Gegner für mich. Das würde ich gerne selbst prüfen. Nun mal langsam. Ich habe da meine Prinzipien. Ich messe mich erst mit dir, wenn du Japan und Sheldon besiegt hast. Zeig mal, was du drauf hast. Probieren wir's aus? Zeig mal, was du drauf hast. Zeig endlich, was du drauf hast. Oh, oh. Kohlenmonoxid-Vergiftung, wenn ich das Feuer so sehe. Wir sollten den Raum verlassen. Ach, erstmal müssen wir hier gewinnen. Oh, da mussten wir aber ganz schön grunzen. Eher haue ich mit meinem Schwanz einen Felden durch, als dass ich dich beim Armdrücken bezwinge. Dann bin ich wohl der neue Meister von Bergen. Gegen den Weißen Wolf zu verlieren, ist keine Schande. Mit dir lässt sich nur einer vergleichen. Wer? Der starke Numa. Ich bin in Kovir gegen ihn angetreten. Danach konnte ich eine Woche lang die Hand nicht mehr rühren. Angeblich betrügt er, aber vielleicht sind das auch nur die Ausreden der Besiegten. Wenn du ihn triffst, dann grüß ihn von mir. Mach ich. Das Traurige ist, dass das Grunzen nicht etwa in-game war, sondern tatsächlich live hier fabriziert wurde. Ich glaube, die Dialoge hier könnten ganz interessant sein. Das interessiere ich mich auch für das Bergwerk. Ich mag Bergwerke. Der Bergwerk ist sicher. Der Bergwerk ist sicher. Habt ihr weitere Pläne? Sicher. Gleich nach der Schlacht machen wir uns wieder an den Metallabbau. Die gewaltigen Vorkommen können Bergen viel Geld bringen. Sultan will eine Gesellschaft gründen. Er will die Förderung leiten. Cecil soll dem Ganzen vorstehen. Wenn's der Stadt zugute kommt? Was machst du, wenn's zur Schlacht kommt? An vorderster Front kämpfen. Ich bin schon erwachsen. Ein paar Kettwinnern in den Hintern treten. Hast du denn keine Angst? Wovor denn? Mein Onkel hält mich für gut. Japan bringt mir bei, mit dem Ball zu kämpfen. Ich spalte ein paar Schädel und geh mich besaufen. Ich glaub, wir sollen ihn retten. Ach, meinst du? Ja. Also wenn wir Bravo sagen, dann sagen wir ja. Geh an vorderster Front. Wenn wir das hier sagen, dann denkt er vielleicht, hm, vielleicht sollte ich doch erst in zweiter Reihe. Wir haben ja gar kein inniges Verhältnis zu dem. Also ich find ihn doch schon ganz nett. Ja, das schon, aber ich meine. Wir haben mit ihm Armdrücken gemacht. Ja, wir sind ja aber hier nicht das Kindermädchen von allen Leuten und sagen ihnen, was sie zu tun und zu lassen haben. Schlachten sind chaotisch und diese ist deine erste. Du wirst töten müssen, durch Blutlachen warten und dich nicht erschlagen lassen. Willst du das wirklich? Um ehrlich zu sein, hab ich schon ein bisschen Schiss. Bisher hab ich nur ein paar Strohpuppen zerhackt. Wenn ich daran denke, was hier los sein wird, was soll's, alle müssen ran. Aber bitte sag dem Onkel nichts. Ich hab mir schon mal eine gefangen für solche Sprüche. Von mir erfährt er nichts. Ich suche nach Orten mit starker Magie hier in der Gegend oder an denen vielleicht viele Zauberer zu tun hatten. Ich hatte gehofft, du könntest mir da weiterhelfen. Lass mich nachdenken. Im Wald hinter Wergen hat früher Werfarn gehaust, ein Zauberer, der Genien herbeirufen konnte. Angeblich ließ er sie die gesamte Südwand aushöhlen. Sieh dir mal die Ruinen und verlassenen Krypten an. Wenn diese Felsbrocken mit den Winkepranken nicht magisch sind, dann wüsste ich nicht, was sonst. Winkepranken sind doch bestimmt die Harpien. Könnte sein. Jetzt wo du's sagst, ich dachte, das wären so coole Steinwesen, die winken. Hallo, Geralt! Wir haben ja auch bei dem Steinbruch diese seltsamen Steine gesehen mit diesen Zeichen drauf und eine verschlossene Tür im Filzen. Das stimmt. Und vielleicht wurden die Harpien gesprengt mittlerweile durch die Bomben. Ja, müssen wir auch mal schauen. Aber erstmal gehen wir jetzt zum Sessel. Den Bürgermeister, der wohnt hier, glaube ich. Damit der uns auch noch was über einen magischen Ort sagen kann. Bisher haben ja zwei Leute denselben genannt. Er sagt jetzt, geh auf keinen Fall in den Steinbruch. Eigentlich schon ganz romantisch, so ein Zwergenhaus. Mich wundern, dass die Deckenhöhe und die Höhe der Türen sehr hoch ist. Also ich halte Geralt jetzt auch nicht für kleingewachsen. Auf jeden Fall größer als ein Zwerg. Das ist richtig, jetzt wo du's sagst. Aber die Stühle sind dann wieder ganz neckisch. Wie in einem Puppenhaus. Vielleicht wurde das Haus nicht für Zwerge gebaut und die Einrichtung dann halt von ihm mitgebracht. Ich glaube schon, dass die Zwerge dieses Haus im Pfälzen gebaut haben. Sprich über das magische Ante Fakt. Er schnarcht halt immer noch. Hm, jetzt nicht mehr. Machst du dir keine Gedanken, dass ihr mit Stennis zu weit gegangen seid? Verhätschelte Kinder glauben irgendwann, sie durften alles. Stennis hat nur gekriegt, was er verdient hat. Vielleicht geschieht gar nichts. Vielleicht bricht auch der nächste Krieg aus. Die Geschichte ist wie eine Münze, die einem aus der Hand fällt. Man weiß nie, wohin sie rollt. Sie braucht Hilfe. Philippa will ein Gegengift herstellen, aber dafür braucht sie ein magisches Artefakt. Vielleicht eine Farnblüte oder einen steppenden Regenwurm, was? Hör mal, ich hab keine Ahnung von Magie. Aber mir fällt da ein Ort ein, der die Zauberer schon immer interessiert hat. Sie bezeichnen ihn als sehr starke Intersektion. Vielleicht solltest du da mal nachsehen. Gern. Wo ist er? Im Wald hinter Wergen. Such nach den Ruinen. Es ist ein Ort der Macht. Den kannst du nicht verfehlen. Warum so verdrießlich? Saskia ist zäh. Die wird schon wieder. Kopf hoch. Danke, Droste. Hexer, ich habe dir zu danken. Wenn du das Mädchen rettest, rettest du meine Stadt. Jetzt, wo wir hier sind, fragen wir ihn aber auch gleich, wer in der Schlacht teilgenommen hat, die er vor Jahren war. Denn wir brauchen ja noch zwei Gegenstände, um den Nebel aufzulösen. Bevor wir dann nochmal herkommen. Ja, bevor wir dann nochmal herkommen. Und ob. Philippa meinte, du solltest einiges über die Schlacht wissen. Hänselt, dieser Schwachkopf, den manche König nennen, war der Ansicht, dass Eddarn von Memmen bewohnt ist, die sie schon voll scheißen, wenn er nur mit seiner Armee über den Fluss setzt. Warum hat er Eddarn eigentlich angegriffen? Laut Hänselt ist Ober-Eddarn uraltes Erbe der Krone von Catwin und muss dem Mutterland wieder einverleibt werden. Unverschämter Furz. Der unverschämte Furz liegt nicht ganz falsch. Aus den Geschichtsbüchern wirst du erfahren, dass dieses Land vor 300 Jahren tatsächlich zu Catwin gehörte. Das und mein Arsch. Vor 700 Jahren waren die Elfen hier. Vor einer Million Jahren die Würmer. Da könnte ja jeder Depp mit seiner Armee beim Nachbarn reinlatschen, weil irgendein Vorfahr da mal einen Scheißhaufen abgesetzt hat. Gut. Hänselt hatte also beschlossen, Ober-Eddarn zu erobern. Und dann? Er kam, bezog furchtbare Dresche und ging wieder. Du machst es mir nicht einfach, Cecil. Das war keine Schlacht, sondern ein Gemetzel. Wenn ich davon rede, hab ich alles wieder vor Augen. Ich will nicht. Im Nebel kämpfen die Geister der Gefallenen. Sie verwandeln sich in abscheuliche Geschöpfe, Trauguren genannt. Edirner, Ketwinner, Menschen, Elfen, auch Zwerge. Verdammt. Nicht einmal im Tod haben sie Frieden. Ich will ihnen helfen. Aber dazu muss ich erfahren, wie die Schlacht verlaufen ist. Also gut. Wenn du helfen willst, dann hör zu. Es war ein schöner Tag. Als Pfander griff nachmittags Angriff, schickte er zuerst das graue Fähnlein in den Kampf. Viele von uns haben sich beim Anblick der Standarte in die Hosen geschissen. Aber wir hatten auch eine Überraschung für sie. Im Schutz der Nacht hatten wir Feuerwelle angelegt. Ich kann bis heute nicht glauben, dass wir ihre Speer reinlegen konnten. Wenn diese Falle nicht gewesen wäre, würden wir heute nicht miteinander reden. Ober Edirn gäbe es nicht mehr. Wir haben das graue Fähnlein zerschlagen, aber das war nur der Anfang. Seldkirk führte uns an. Wo er auftauchte, flohen die Ketwinner. Beim Anblick seiner Rüstung lachte uns das Herz. Dann griff Pfander griff selbst ein. Seldkirk und er trafen in der Mitte des Feldes aufeinander. Schließlich erschlug Pfander griff Seldkirk. Ein schrecklicher Tod. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber dann fiel der Himmel herab. Als wollten die Sterne selbst den Tod des großen Ritters rächen. Feuer bedeckte das ganze Schlachtfeld. Keiner interessierte sich mehr für den Feind. Alle wollten fliehen. Es gab keine Freunde und Feinde mehr. Nur noch Lebende und Tote. Es heißt, eine Zauberin aus Ketwin habe all das angerichtet, weil sie sich an Pfander griffed rächen wollte. Da ist wohl was dran, denn Hanselt ließ sie gleich nach der Schlacht hinrichten. Na, so war das. Ihr habt das graue Fähnlein besiegt? Hansels Elite-Truppen. Nicht einer von ihnen hat überlebt. Der Besucher hat sie in den sicheren Tod geschickt und ihnen noch nicht mal Verstärkung gegönnt. Dieses Monster in Menschengestalt. Die Soldaten der Grauen waren echte Haudegen. Haben gewaltig zugeschlagen. Doch auf jeden von ihnen kamen sieben der unseren. Sie hatten keine Chance. Wir haben ihre Standarte erobert. Was von ihnen übrig blieb, begruben wir in einer Krypta bei Wergen. Die Standarte ist auch dort. Die Gegner, auch die Toten, muss man immer achten. Ich werde diese Standarte brauchen. Hast du den Zweikampf von Seldkirk und Van der Griff selbst gesehen? Ich war recht nah bei ihnen. Einen solchen Kampf hatte ich noch nie erlebt. Und werde es wohl auch nie wieder. Es war ihr zweiter Kampf. Zuvor, bei einem Turnier in Art Carré, hatte Seldkirk den Sieg davon getragen. Van der Griff's Schwert war geborsten, sodass er aufgeben musste. Ein Ritter wie Seldkirk wird kein zweites Mal geboren. Man sagt, Van der Griff sei nach dem Turnier so zornig gewesen, dass er den Schwertschmied aufhängen ließ. Dann bestellte er bei einem Zauberer ein ganz besonderes Schwert. Es war bestimmt dieses Schwert, mit dem er Seldkirk dann erschlug. Van der Griff ist tot. Weißt du, was aus seinem Schwert geworden ist? Aber ja. Saskia hat es. Und das ist doch gut so. Nur ihre Hand kann den Hass kontrollieren, der darin steckt. Nach der Schlacht, als die Flammen erloschen waren, kamen die Plünderer und stahlen, was sie kriegen konnten. Stell dir vor, in ganz Eddern gibt es kein Andenken an Seldkirk. Sein Bruder faselte etwas von Handschuhen, aber er ist ein Lügner. Ich danke dir, Cecil. Du hast mir sehr geholfen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich zur Aufhebung des Fluchs brauche. Frau Eilhardt sagte, man bräuchte vier Symbole. Die Standarte symbolisiert den Tod. Van der Griff's Schwert den Hass. Aber die zwei anderen? Philippa soll sie beschaffen. Sie sollte wissen, wo sie zu finden sind. Hoffentlich. So, das klingt doch ganz gut. Ja. Da haben wir jetzt einiges an Fortschritt gemacht. Und wir müssen ja in die Krypta, die ja außerhalb ist. Und die Harpien auch. Und deswegen gehen wir dann in der nächsten Folge mal beide Orte besuchen. Mal wieder auf Expedition. Bis dann.